Historisch, friedlich, wieder vereint. Was machst du am 3. Oktober? Wir machen das! Und die Chöre singen für dich. Freude, schöne Götter, funke Freude, wenn Gesang erklingt. Sing auch du, wenn alle singen, singe nicht, wenn Deutschland singt. Wenn die Chöre singen für dich. Bist du dabei? Am 3. Oktober. Deutschland singt und klingt. Jetzt anmelden. 3oktober.org 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 3oktober.org